Ich bin gleich wieder da. Ja, dann mal hoffen, dass ich dir diesmal nicht so drastisch verkacke wie gerade eben. Aber das war ja echt schon ein bisschen böse. Nein! Okay. Ja, das war natürlich sehr doof. Mal wieder da. Jo, Bibi. Wenn ich so das Level sehe, war es unrühmlich. Ich bin ein bisschen weiter gekommen als vorhin. Damit meine ich die Sprungweite. Ohohohoho. Jetzt wissen wir, wo Bowser sein ganzes Fett hinkriegt. Ja, damit kann er dann wenigstens sagen, die Level laufen wie geschmiert. Ich hab's nicht mal. Was war das denn? Warum ist Yoshi denn jetzt auf einmal losgelaufen? Woop. Woop. Ja. 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 Taffer, Alter. Ha! Nicht schlecht. Damit umgeht man dann also den siebten Turm. Sehr schön zu wissen. Du willst doch Bowser erst noch Kinder losmachen, bevor du ihm in den Arsch tritt. Hä? Ja, geil. Aber das sind ja glaube ich seine Neffen oder sowas. Das sind ja gar nicht seine Kids oder sowas. Doch, das weiß ich nicht. Ja, seine Kinder wären, wäre es ganz schön bitter, wenn er dann Peach nachstellt. Hä? True. Da wäre Bowser bestimmt ganz schön angefressen. Ähm, ich glaube du verstehst da irgendwas falsch. Was? Ja, warte einfach da. Ja. Hätte ich genauso gemacht. Ja. Escalator. Ach nö. Magikhooper-Alarm! 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 Mann-Ja, ich bin hier schon ein paar Sekus. Darf ich schon Bowser machen sollen? Haha. Ist echt gemein. A valley of Bowser. ist auch deine Bozooka dabei Menschenskinder, überleg mal, du wohnst in so einem Haus und musst mal kurz in die Küche Ich hab meine Waffe gegen Bösewichte Das war doof Mehr brauch ich nicht Nein, 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 du musst in die Küche Du wohnst in diesem Haus und musst mal kurz in die Küche, musst erst 30 Sachen ausweichen Ah ja So, dann auf ein neues Okay Hm Das lief auch nicht gerade gut Tja, soll vorkommen Übrigens, du bist wieder Naja Du bist Na dann Ja, wahrscheinlich hätte ich mich jetzt auch erstmal wieder in Puzzle-Level und Leben und Lage holen wollen, ja Das war's Mal wieder Und it's gone Genau Gebacken, Yoshi Ich bin so ein Trompete vorne dran, so Nicht, dass die den Durchgang da aus Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, geschnitten haben Das ist unwahrscheinlich Meines wäre nicht das erste Mal Ich glaub, diesen Secret Room in A Link to the Past haben sie ja auch hierbei rausgeschnitten Ja, der Chris Wuhle hier in den Raum, der ist schon lange weg Der ist ja auch komplett vergessen worden, dass er überhaupt accessible war Das darfst du ja auch nicht vergessen, den konnte man ja nur durch einen Glitch triggern Aber den hat ja Nintendo of America irgendwie eingebaut und Big N hat dann irgendwie vergessen, den zugänglich zu machen oder sowas Yay Dann hat man ihn im Endeffekt lieber gleich ganz rausgelassen Läuft Ja gut, wenn er das Oh Gott, was war das? Zu Zelda 2 oder sowas ist der verlost worden So viele Jahre danach kannst du ihn dann halt auch rauslassen Das stimmt allerdings Kann man jetzt hoffen, dass ich mich noch halbwegs dran erinnere, wie das ging Okay Auch nicht schlecht So, diesmal packen wir es Das sag ich auch nur, damit ich es schaffe, keine Ahnung Da hättest du mal ruhig den Leuten die Top Secret Area vorzeigen können Welche Top Secret Area? Ach ja Danke Dann gehen wir mal bei Bowser rein, hallo Ding Dong, wollen sie mit uns über Gott reden? Sie werden ihn gleich sehen Keine Ausreden Das letzte Mal, als jemand mit bei mir so ankam Hab ich denen dann eine Broschüre in die Hand gedrückt Von wegen The Fun to Build Ganz klar Seitdem hat man sie nie wieder hier gesehen Aber was ich immer lustig finde, ist, wenn du sagst, du glaubst an das fliegende Spaghetti-Monster Und dann kommt halt so ein Spruch wie, das ist doch lächerlich Aha Aber ihr Fantasiefreund ist besser Aber das Wirken von Gott ist bewiesen Aber das Wirken von Gott ist bewiesen Aha Das Wirken von Marihuana auch Du meinst eher Weihrauch, die schnüffeln doch hier das gute Zeug Ich weiß nur, THC ist das, was die kirchlichen Leute alle genießen Keine Ahnung, ob das auch ein Weihrauch drin ist, aber das macht auch her los Ja, das ist, äh Das ist da auch drin Im Level konnte sich wenigstens Ganondorf an seiner Orgel wieder vergnügen Na, wie war das bei Sanderson? Da liegt schon wieder immer im Kopf ein auf der Orgel Und jetzt geht Ja, wir gehen Ja, wir gehen Ja, wir gehen Da geht Ja, ich communities Oh, nicht dazwischen. Bitte. Das ist so geil aus, wenn du nach oben guckst, ey. Wenn auch noch gleich das Niederlier anzürfen. Wenn die Nase fünfmal so groß ist. Wenn du groß bist, ist es ja nicht ganz so schlimm. Was? Ich war doch gar nicht in der Nähe von den Stacheln. Das wird jetzt anstrengend ohne Umhang. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dinger kommen hier definitiv zu schnell runter. Nur dir. Dreht der Arsch sich einfach um. Ja, ja. Immer diese Arsch, die sich umdrehen. Ihr wollt noch nicht soxivget area? Oh. Schau mal, Mama. Ich fahr Aufzug. Ich war ja schon da oben. Na ja, zum Glück war das überhaupt nicht nervig. Riecht assig. Ach, Quatsch. Ich hab mich schon gefreut, dass ich diesmal in diesem dämlichen Raum hier jetzt einen Hit mehr frei hab. Der nichts gebracht hat, weil mein Sprung nicht gezählt hat. Herrlich. Jorahs Mask war ja mein einziger original frisch gekaufter Spieleberater. Und, boah, ich weiß nicht. Was kam der? Waren, glaub ich, auch allerhöchstens 30 Mark damals. Ja, die für das N64 waren teurer, die waren aber auch dreimal so dick wie die für Super Nintendo. Oh, Mann, ernsthaft. Ich weiß nicht, ich hab hier so Probleme mit dem Bewegungsprofil. Er läuft so weit, er schlittert weiter. Ich find, das hast du gar nicht in der PAL-Version. So, der letzte Versuch, das schaffen wir. So, der letzte Versuch, der letzte Versuch. Wir wollen das gleiche Lied nicht noch mal hören. Definitiv nicht. Achso, ihr wollt den kleinen Song nochmal hören? Nein! In the universe, with space wizards! Denkt daran, dann kannst du wegspinnen. Den Schuss anscheinend auch. Und die Blöcke kannst du auch wegspinnen. Nein! Ja, Knochen sind feuerfest. Das war bitter. Das war sehr bitter. Ich könnte sagen, du hast deinen heißen Arsch. Ja, ich könnte sagen, du hast deinen heißen Arsch. Ja, ich könnte sagen, du hast deinen heißen Arsch. Ja, ich könnte sagen, du hast deinen heißen Arsch. Ja, ich könnte sagen, du hast deinen heißen Arsch.